Jau, Rap-up, esig, jedes Jahr wieder. 2021, das Kapitel ist abgeschlossen. Schwere Kosten und wenig Lichtsau, ich hab's fast geschlossen. Ein längeres Jahr als andere, doch gleich viele Tage lang. Panik ist greifbar, die Menschheit ist in Schräglag. Trotzdem gibt's einen neuen Boss von der Schweiz, Guy Parmelin. Wenn der mal Deutsch redet, sag auch ein paar Mal hin. England ist draussen aus der Europa-Union. Und jetzt geht's nicht viel besser? Ja, sicher Dublon. Londoner Gericht entscheidet, Assange nicht auszuliefern. Die Frage ist, für wie lange will ganz England zuschlifern? Speziell ist auch der komische Turm aufs Kapitol. Egal, was wirklich war, ist mein einziges Fazit wohl. Seltsam, auch was passiert in Hong Kong. Schwierig zu verstehen, wie ein Chich-and-Jong-Song. Der neue, reichste Mann der Welt, Elon Musk. Trotzdem sieht er für mich aus, wie ein fieses Spast. Neue Boss von der USA, und da kann man schon schreien. Heisst ab jetzt nicht mehr Trump, sondern vorläufig Joe Biden. Und neu ist er auch das erste Mal, eine Frau als seine Vize. Ein Sixiest Möhr, ich sage schon noch heisse Beize. Super Bowl-Sieger mit den Bugs, wir nennen den Brady Tom. So ein Comeback schafft nicht mal den beste Shady-Song. Der Gründer von Hustler ist gegangen, Frieden für Larry Flint. Mit seinem Magazin bleibt er für immer der Herr im Ring. Die Wissenschaft berichtet mich an, mit träumenden Leuten reden. Ich möchte träumend mit wachen Leuten reden, hofft der Schlaf wird heute heben. Ein Physiker beschreibt eine Möglichkeit für einen Warp-Antrieb. Wenn ich den erlebe, verspreche, dass ich ein Gedicht über A-Kass schreibe. Ein weiterer Baller ist gegangen, RIP-Algin-Vailer. Mit der Hand am Hantieren, mindestens so schnell wie Vader. CO2-Ausstoss, Trina, Gorge, ins Abweg, Bitcoin-Mining. Wer mich persönlich fragt, dem sage ich mit Freude-Meinig. Mängisch Flueche und Bellos und es tönt wie ein Tags. Bei ihm ist jeder Spellen'n Song, Rest in Peace, DMX. Es ist so weit und man drückt das erste 3D-Haus. Weniger CO2-Ausstoss und man sorgt so für mehr Fuss. Denn Beton kostet viel Energie und macht viel CO2. 3D-Häuser sind tadellos oder ich sehe noch keinen. Im Kapstadt haben sie einen riesigen Brand am Tafelberg. Pusing im Menschen werden evakuiert, alle gehen brav ins Zelt. Die Grünen stellen zuerst mal eine Kanzlerkandidatin. In Deutschland mit Grüezi, berühmt sie Schanzig-Mahnsinn. Auf dem Mars fliegt zuerst mal eine solarbetriebene Helidrohne. Das klingt sehr gut und wann kann ich jetzt bei einem Jedi wohnen? Eine Studie hat endlich gezeigt, dass Konsum von Alkohol am Hirn schadet. Vielleicht finden genau darum alle Alk so toll. Zu viel Krieg auf der Welt, ich schaue mein Glas an, so ein Fick. Muss gerade einen grossen Schluck nehmen, denke ich an den Gaza-Konflikt. 24'000 Jahre alte Tiere zum Leben erwecken. Da ist Biologen gelungen, sowas kann ihm verschrecken. Eigentlich könnte mich beide am Zipfel schlecken. Putin und beide sind sich zu gerne für ein Gipfeltreffen. Er wird umgebracht, der Präsident von Haiti Moïse. Macht ist halt gefährlich, so ist es. Und glaub mir, so bleibt es. Vor 12'000 Jahren haben die Menschen Cannabis angepflanzt. Heute kommt, wer die kindsten Mengen gleich den Staat angetanzt. Die Natur ist immer noch mächtig und es geht eben schnell. Massive Überschwemmungen verursacht durch Regenfälle. NBA Champs sind damals die Milwaukee Bucks. Der Greek Freak hat es mit dem Titel auch endlich geschafft. Juli ist der heisseste Monat, seit wir das Wetter aufgezeichnet. Ist das jetzt Klimawandel oder da wird die Natur ausgezeichnet? Nach allem Krieg in dem Land, das macht sicher Ali kranker. Ist jetzt die Hauptstadt Kabul in dem Hemd von den Taliban. Zug zum Bitcoin, da kommt vielleicht manchem Bala Bala vor. Doch der ist jetzt ein gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador. 20 Jahre ist es her und immer noch nicht richtig aufgeklärt. Meine Leben scheiden die Geister, die offizielle Geschichte ist kein Popf wert. Und nochmal die Natur auf La Palma bricht den Vulkan aus. Da sehe ich von Gomera her selber und es sieht brutal aus. Autokennzeichen GB wird am sofort ersetzt. Und zwar mit UK, was die Queen sicher nicht verletzt. Skandal in Österreich, Kurz wird ersetzt durch Schallenberg. Beide haben nicht mal das Rückgrat um den halben Zwerg. Klimakonferenz Glasgow, wenigstens eine Entscheidung. Bis 2030 wird man sie stoppen, die fatale Entwaldung. Barbados sagt sich los von der britischen Krone. Endlich geschafft, doch jetzt sind sie in der kritischen Zone. Ein neuer Bundeskanzler für Deutschland namens Olaf Scholz. Jetzt haben sie einen neuen Papi auf Mutti-Sitz schon so lange stolz. Aus strittenen Abschluss Formel 1-Weltmeister Verstappen. Für einen ist es schlimmer als seine eigene Hochzeit verpassen. Es hat eine lange Zeit gebraucht und man lernt das schwer. Deutschland hat drei abgestellt von diesen Kernkraftwerken. Schon wieder vorbei, das Jahr 2021. In den Clubs, in den Bars, auch im Festzelt, tanzt keiner lang. Die Hoffnung stirbt zuletzt, darum wird es sicher besser. Wie der Kurs von Amazon, Facebook, Google und Tesla.